Moin moin, du Reisfan! Heute sorgen wir für ordentlich Sonne im Herzen und auch auf deinem Teller. Denn Kurkuma zählt nicht nur zu einem der farbenfrohsten Gewürze der Welt, sondern es passt auch ganz hervorragend zu den meisten Reissorten. Reis und Kurkuma matchen einfach perfekt. Diese Kombis besonders aus der indischen Küche nicht wegzudenken, aber auch bei uns wird Kurkuma immer beliebter. Dieses sonnengelbe Pulver wird aus der Kurkuma-Wurzel gewonnen und gibt deinen süßen, aber auch deinen herzhaften Gerichten ein feinwürziges Aroma. Natürlich ist es auch vegan, glutenfrei und in bester Bio-Qualität. Zusätze und Streckmittel wirst du hier drin übrigens vergeblich suchen, denn dich erwartet wirklich reines Kurkuma-Pulver. Die Anwendungsbereiche sind übrigens super vielseitig, sodass du dich hier unbedingt ausprobieren solltest. Gib zum Beispiel etwas Kurkuma während des Kochvorgangs zu deinem Reis und freue dich über goldgelben Kurkuma-Reis. Du kannst das Gewürz aber auch super gut in Reispfangen, Curries als Dressing-Zutat oder auch für goldene Milch und als Highlight in einem Porridge verwenden. In unserem Reishunger-Rezeptbuch findest du viele Rezepte zum Nachkochen und Nachbacken. Den Link gibt's selbstverständlich unten in der Infobox. Jetzt bist du aber an der Reihe, denn wir sind super gespannt, was du alles mit dem Kurkuma zauberst. Lass es uns unbedingt in den Kommentaren wissen. Und vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren, denn dann wirst du ab sofort mit brandheißen News aus der Reishunger-Welt versorgt. Ich wünsche dir guten Reishunger, viel Spaß beim Würzen und bis bald!